Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 23. Juni Die Liebe verträgt alles. 1. Korinther 13, Vers 7 Hier ist die Rede von einer kugelfesten Liebe. Der Ausdruck Kugelfest stammt aus dem Dreißigjährigen Krieg. Damals rühmten die Soldaten von ihrem Feldherrn Wallenstein. Der ist kugelfest. Keine Kugel kann ihm etwas anhaben. Kürzlich traf ihn ein Musketengeschoss. Da schüttelte er nur seinen Wams aus. Die Kugel hatte ihn nicht verletzt. Nun, das war Aberglaube. Aber die Geschichte macht uns klar, was unser Textwort sagen will. Die Liebe der Jesusjünger ist kugelfest. Sie ist durch nichts umzubringen und zu erschüttern. Hier wird deutlich, dass der Apostel etwas ganz anderes meint, als was die Welt gemeinhin mit dem Wort Liebe bezeichnet. Unsere natürliche Liebe und alle menschliche Sympathie sind sehr empfindlich. Eine kleine Enttäuschung, ein unfreundliches Wort. Und schon hat die Liebe Schaden genommen. Unsere natürliche Liebe ist nicht kugelfest. Sie stirbt über kurz oder lang auf dem Schlachtfeld des Lebens. Aber hier spricht der Apostel von den Wirkungen, die der Heilige Geist in einem gläubigen Menschen hervorruft. Und in diesem Zusammenhang sagt er, Hier müssen wir an den ersten Märtyrer der jungen Christengemeinde in Jerusalem denken, Was für eine grauenvolle Stunde war das, als man ihn vor die Tore der Stadt führte und mit Steinen totwarf. Hass umgab den Zeugen Jesu Christi. Aber seine Liebe zu seinen Mördern war kugelfest. Sein letztes Wort war ein Gebet für sie. Herr, lehre uns durch deinen Geist richtig lieben. Amen. Jesus Christus segne dich. Amen.